So, nun ist es halt passiert. Ich wollte ja eigentlich nichts machen zu der Bombe an dem BVB-Bus. Einfach weil mir da tatsächlich die Ressourcen fehlen, um mich da tatsächlich vernünftig einarbeiten zu können. Das habe ich dann eigentlich doch lieber den Leuten überlassen, die auch tatsächlich da die Reporter vor Ort haben und ihre Kontakte bei der Bundesanwaltschaft und so weiter. Aber nun ist es halt doch so, dass der junge Herr festgenommen wurde und ich muss jetzt hier dann doch einen kleinen Beitrag dazu machen. Also, die Generalbundesanwaltschaft hat dazu Informationen rausgegeben und die sind wie folgt. Der 28-jährige Sergej W. wurde im Raum Tübingen festgesetzt. Der Verdächtigte wohnte im BVB-Mannschaftshotel. Er erwarb dort 15.000 Verkaufsoptionen bezüglich der BVB-Aktie und der Kauf erfolgte über die IP-Adresse des Hotels. Außerdem hat er wohl laut Spiegel schon zugegeben, dass er diese IS-Kenner wie Kenner geschrieben selber hinterlegt hat, um eben die falsche Fährte in Richtung IS zu legen. Was ist eigentlich aus der, dass jetzt die Antifa das gewesen sein soll? Die böse Antifa? Ich habe das ja schon einmal aufgezeichnet, natürlich ohne dass ich das Mikrofon eingeschaltet hatte. Da habe ich eine Person ja schon fast beschuldigt, dass sie dieses Schreiben gemacht hätte. Das kann ich, vielleicht mein Glück, dass der Ton nicht an war. Ich habe nur gerade vor allen Dingen gesehen, dass Frau Steinbach ist jetzt gerade auf Twitter wieder sehr aktiv im Zuge des AfD-Parteitages die Antifa und generell Linke zu beschimpfen als Linksextreme und linke Verbrecher und ja, sich generell darzustellen als jemand, der mit linken Menschen wenig zu tun haben möchte. Da hätte doch so ein, das ist, sie hat das sicherlich geglaubt, dass dieser Anschlag von der Antifa gewesen ist. Mehr kann ich da jetzt zum Glück nicht drüber sagen. Okay, also erstmal, ich habe ja in mehreren Beiträgen in der letzten Zeit doch die Polizei sehr, sehr kritisiert. Hier kann ich sie tatsächlich einmal, fällt mir schwer, sie loben. Na klar, sie sind erstmal dieser falschen Fährte nachgegangen, warum sollten sie es auch nicht tun? Wenn man nicht weiß, ob das ein falsches Fährt ist oder nicht, dann muss man sie nach in alle Richtungen ermitteln und das hat die Polizei hier tatsächlich anscheinend getan und da deswegen sich nicht nur irgendwie auf das Offensichtliche hier, das war der UIS, festgelegt, sondern auch weiterhin überall hin ermittelt und das, wenn ich kritisiere, muss ich auch loben können. Das tue ich hiermit. Auch einer der Gründe, warum ich diese Videos tatsächlich machen möchte. Auch wenn natürlich, wenn ich dann auch sagen muss, okay, es hatten zuerst ja diese beiden, es war ein Deutscher und ein Iraker, die da zuerst unter Verdacht gewesen sind und gegen den Deutschen ist dann halt zwei Islamisten aus Nordrhein-Westfalen waren es halt, ein Deutscher und ein Iraker. Der Deutsche, mit dem da ist wohl tatsächlich überhaupt nichts, aber der Iraker, Abdul Basset al-Oh, 26-jährig, gegen den ist jetzt auch ein Haftbefehl erlassen worden, weil er nach Erkenntnissen der Ermittler im Irak eine Einheit des IS kommandiert hatte, die für Entführungen, Erpressungen und Tötungen zuständig war. Das hat man jetzt auf einmal mitbekommen, dass das so einer ist. Ich jetzt mal ganz ehrlich, ich wette, das ist sowas wie ich gestern berichtet habe, den hat man länger schon auf dem Kieker gehört und da er jetzt von der Polizei als Verdächtiger in Frage gekommen ist für diesen Anschlag an den Mannschaftsbus, hat man seine Karten offengelegt und wenn man seine Karten jetzt offengelegt hat, dass man ihn unter Beobachtung hat, dann muss man jetzt halt auch einfach die Konsequenzen ziehen und sagen, ja, der weiß jetzt, dass wir ihn beobachten, also müssen wir jetzt auch, können wir weitere Ermittlungen brauchen, können wir im Grunde einstellen, wir machen jetzt das, was wir wissen und dafür kommt der jetzt vor Gericht. Genau das ist das, glaube ich. Aber wie ich gesagt habe, ich kritisiere die Polizei lautstark, da muss man sich auch mal loben, wenn sie was Gutes gemacht hat. Jan Böhmermann schreibt dazu, tatsächlich bei Twitter, ich bin schon gespannt auf die neuen knallharten Gesetzesvorschläge zur besseren Überwachung von Kontrolle und Kontrolle von Börsenspekulanten, denn dieser mutmaßliche Täter, dieser mutmaßliche Täter, der hat das ja alles nur getan, um, das war halt so ein dummen Batz, der denkt, der ist so schlau. Ich kenne auch jemanden, der meint, der hätte keine Umsatzsteuer zahlen müssen. Ne, ne, muss ich nicht, ich habe da einen Trick. Kommt nicht raus, genau. Sergei W, aus dem Raum Tübingen, Tübingen, ja. Der hat auch einen Trick. Er wettet darauf, dass die Aktie fällt und er macht einen Terroranschlag, da fällt die Aktie und dann wird er Millionär. Der Milliardär oder sonst irgendwas. Das habe ich irgendwo in irgendeinem Fernsehfilm mal, glaube ich, gesehen, oder irgendeiner Serie oder so. Bin mir nicht mehr ganz sicher. NCIS oder sowas in der Richtung. Ich weiß nicht, es kommt mir so bekannt vor. Es kommt mir bekannt vor. Habe ich das irgendwo in irgendeiner Serie gesehen habe? Weiß ich nicht mehr. Es ist ein dummer Zalt. Der hat sich auch noch schön mit der Kreditkarte in dem Hotel ein, ne, extra auch ein Zimmer verlangt, mit Blick auf den, auf den, auf den Bus. Ja, super. Ne, da müssen natürlich einfach, ne, wird ja dann immer gerne, wenn ein Anschlag ist, sofort hier Sicherung, Sicherheitssachen müssen verschärft werden und Bürgerrechte noch weiter einschränken. Der Maizière ist ganz dick dabei, immer schön noch weiter Überwachung und, ne, jetzt die, wir hätten auch ganz gerne, dass die, was die CIA kann, jetzt hier, dass hier Webcams und Handykameras und so weiter, dass man die einschalten kann. Auch zum Beispiel, dass man Handys einschalten kann und sie als Lauschgerät benutzen kann, ohne dass der, dass derjenige, der das Handy hat, bemerkt, dass das Handy überhaupt anders ist. Das kann ich hier, ey. Er hat gerade hier WikiLeaks veröffentlicht. Das hätte man natürlich auch gerne hier. Solche Dinge. Und, ne, direkt vor der Frankreichwahl, ne, wird das, Le Pen sagt, ja, super. Das Bessere konnte mir gar nicht passieren, als dass da jetzt noch ein Anschlag passiert. Weil wir haben so viel Schiss vor irgendwelchen Anschlägen, dass wir dann gleich sofort, oh nein, die Rechten haben doch echt. Ne, haben sie nicht. Ihr lasst euch nur treiben. Die haben schon längst gewonnen. Die IS, Al-Qaida, die haben schon längst gewonnen. Wir haben unsere Art zu leben aufgegeben und reagieren auf Terror von denen, anstatt dass wir einfach unser Leben weiterleben. Denn, das habe ich ja auch schon gelesen, sagen wir, ne. Das Motiv für diesen, für diesen Sergei W. ist Gier. Und da schreibt dann einer in der Zeit, warum ist das denn kein Terror? Weil das kein Terror ist. Weil das ist ein stinknormales Verbrechen. Also, ne, ein stinknormales Verbrechen, das mit außergewöhnlichen Mitteln ausgeübt wurde. Okay. Aber das ändert nichts daran, dass das ein stinknormales Verbrechen ist. Und das hier mit zweierlei Maß gemessen wird, das zeigt, dass der Tweet von Herrn Böhmermann. Ich bin ja, ansonsten gehe ja auch nicht häufig mit ihm d'accord, aber da gehe ich tatsächlich d'accord mit ihm. Weil, sobald, wenn das ein Islamist gewesen wäre, das meinen Sie, wie er de Maizière schon wieder gockelnd rumlaufen würde und irgendwas fordern würde. Und Seehofer und die die ganzen prallen Sonnengesichter, die sonst auch immer rumrennen. Bregen am Möben, ne. Rainer Wendt würde sich auch noch mal raustrauen, wahrscheinlich. Aus seiner stillen Treppe, auf der er jetzt gerade sitzen muss, vor Scham. Ja, aber hier ist es ein Börsenspekulant, weil nichts weiter ist. Und die, naja, die haben ja noch nie was Böses getan eigentlich. Da können wir ja nichts fordern. Börsenspekulanten sind total nette. Das sind Menschen wie du und ich. Wenn die 2008 nicht gewesen wäre, wäre noch viel schlimmer gekommen. Börsenspekulanten. Das ist ein Idiot gewesen. Voll dummbatz. Ja. Oder war er vielleicht doch bei der Antifa? Na, Erika, war er nicht doch da? Ja. 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 Ja.